hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge let's my life is strange episode 4 darkroom und wir hängen vor unserer rätselwand wir haben erst mal aus drei teilen jetzt erst mal das auf der klebenwand hinzu wo die wo die wo die wirklichen beweisen und so was aber schön dank an der stelle dass er wieder eingeschaltet hat wieder mit am schlüssel sein ziemlich nice und jetzt gucken wir mal nach was wir hier rauskriegen ach du scheiße pass auf das war die party das war der vierte zehnte genau so jetzt gucken wir mal hier oben raus ich denke mal hier eins da eins und da eins und alles was am vierten zehnten wollen wir gucken in ruhe durch siebter zentr siebter 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 back look siebter 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 vierter zehnte vierter 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 ok drei ster neunter 1.10, 1.10, gut, wir haben hier das Große, das Große ist es, das Große, Select, das, jetzt, das waren die, Kennzeichen, ne, das war, ne, das war am 30.09, ne, wir brauchen das mit dem 4.10, wo sie fliehen war, 4.10, das ist es, Speed Kokain, das andere war alles anders, ne, 7.10, 7.10, 7.10, und hier drüben müssen wir auch noch mal, 4.10, GHB, 5g GHB, 250, ne, wir nehmen das, wir nehmen das jene, wo die 900 drauf waren, genau, das nehmen wir jetzt, okay, und jetzt, gehen wir hier unten gucken, Also, das war am 13.10, nee, am 10.03, am 10.03, das war es, ne, Look, 2.10, 7.10, das war, äh, dort, wo die sich treffen, von wegen Drogen, das ist nämlich doch Strand, Also, das war der 1.10, 1.10, 1.10, nee, definitiv nicht, Look, Somebody is stocking up on gas, äh, das war der, der 3.9, der 4.10, Tankstelle, 9.54, Was, ganz schön früh, ne, PM ist das, ne, das ist doch, um 10.00 Abend, knapp um 10.00, Im 5.10, ja, vielleicht nur tranken gewesen, oder so, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dort jemanden festhält Ja, 2.10, 3.10, 6.10, 7.10, ist es auch nicht Ach, die Scheiße, 3.10, 3.10, 6.10, 9.10, halb 7.10 Das ist auch nur immer 4.10, 3.10, das ist klar, das ist der Akademie, das hier, das hier hat man noch vergessen, 3.10, 4.10, der 10.00, hm, Am 4.10, steht da ohne Zeit, um 8, um 8, um 8, also alles was nach 8 PM ist, warte, ne, das 7.25 PM, 5.36 PM, das ist es, ne, was ist denn das hier, hm, 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 hm. 16 15 spiel das ist doch um 11 abends das ist interessant wir gucken weiter 4 10 6 23 bm ist auch zu früh und dann noch mal die tankstelle die tankstelle war noch mal warte mal warte mal hier aus der tankstelle das andere war ja gar nicht 9.54 das könnte auch sein ich würde sagen wir fangen mit den spätesten an und wenn es das ist es garante die tankstelle so wenn man sie lekt vielleicht ist das ohne das rische sondern die select das andere und zwar hier hinten das war 11 11 opm sister das könnte mir sein erst nämlich durch strang gekurvt und dann wurde hin beziehungsweise 11 ob das ist ganz schön später machen wir das wir machen dass das hier ja wir haben es das ist definitiv der platz die wollen jetzt herausfinden wem die alte schöne gehört somebody named harry aaron prescott harry aaron prescott da ist denn da harry aaron prescott call the police fuck that you know the police here like nathans private security right that's so messed up as you've noticed this whole town is messed up we can't trust anybody except each other so we have to go out to that farmhouse by ourselves i was afraid you'd say that we could call warren since he kicked nathans ass it's just the two of us nobody else okay also nur wir zwei die kraft ist nicht unendlich also wir müssen vorsichtig sein hast du gehört chloe ja so okay gut dann fahren wir dorthin gut okay das haben wir erledigt das ist schon mal gut auch ich bin echt gespannt oh gott hey 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 halte no trespassing okay das ist auf jeden fall gruselig und hier aber unser unser nächstes wir müssen auf jeden fall in die scheune rein sagt also gerade also warum würde jemand so viel strom leiten wollen da sollte ich ja umhören und ich schreibe hierher die zwei so thanks for putting me off neben also danke dass er mich von neben mir abgehalten hat also den noch weiter zu vorbereiten sagen talk about going ape he deserved a beatdown but i don't want to stop to his level besides somebody is going to kick his ass sooner than later ja irgendwann wird sein auch schon auf jeden fall von der schule kicken früher oder später you're a wise grasshopper du bist weise grasshopper thanks but i wasn't exactly the hero this town needs ja ich war aber nicht der exakte held den die stadt braucht you still paid your hero dues du hast schon deine äh heldentaten gezeigt und gezahlt now we just need costumes speaking of i hope you're coming to party tonight so we can celebrate i let you know promise also ich hoffe du kommst zur party und wir brauchen unbedingt kostüme jetzt um jetzt also sagen jetzt wo die sie behalten sind ja ich lass es dich wissen ob ich zur party kommen versprochen cool now i have to calm myself down okay jetzt muss mich einmal beruhigen okay bis dann so jetzt genau das sind die zwei nächsten optionalen fotos die zeige ich euch jetzt sofort das ist schon klar hier guck mal ein altes auto hier watson we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect das ist auf jeden fall nicht das was wir suchen und unser nächstes optionales foto ist diese es mit dieser wunderhübschen vogel und diesen wunderhübschen windrad klick 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 ich hab schon mal fisheye ja fisheuge so hier hier kommt auch vielleicht metallwand das ist eben eine alte scheune nur gibt es auch alte eingänge noch ein bisschen lauter machen Bitte, das ist ähnlicher. Jackpot! Schau näher! Harry, Aaron, Prescott und Familie veröffentlichen neue Bibliothek an Arcadia Bay. Prescott-Industrie eröffnet eine Eröffnung. Die Prescotts bringen Bomb-Shelter-Boom in die Stadt. Ein tolles Schrappbuch. Du suchst mehr Klaue und ich schaue die Stadt. Okay, also wir schauen uns um und die Chloe sucht mal hinten eine große Kiste, weil da war ein Haufen von Akten und vielleicht findet sie was raus. Ja, alte Prescott-Flippings. Okay, Fotos. Aber sogar Harry, Aaron, Prescott war in den Selfies. Harry, Aaron, Prescott, das ist der, dem die Scheune auch gehört. Ich glaube, das ist echt alles übel verzwickt. Aber in welcher Richtung? Tracker fahren tun wir jetzt. Oder schmeiß das Ding an. Dieses Traktor hat seine Schulden bezahlt. Scheiße. Geht ne. Zu alt. Verdammt. Oh, hier, was ist denn das? So. Ja, hier kann man mal gucken. Das kann ich gar nicht entzippen. Martin Louis Prescott, Prescott Ranch. Arcadia Bay, Oregon. Dearest Mr. Lin, I am writing in regards to your outstanding debts and you have chosen to ignore the Prescotts may not be an established business gentlemen. But we are businessmen and accept our due. We take your silence as a personal insult and you dedicate our family name to making you pay your debt with 10% interest. Also 10% sollte irgendjemand hier bekommen. Also der Mr. Linden wahrscheinlich. Von Silent, we take your silence as a personal insult. Also das Schweigen. Hier scheint irgendwas abgegangen sein, aber flieh flieh früher irgendwann. Das war 1903. Juli 22. 22. 22. 1903 ist er ziemlich lange her. Also irgendwie ist die ganze Familie irgendwie in Machenschaft wahrscheinlich über die Zeit verwickelt gewesen. Und plus a written apology. Also wir haben eine schriftliche Entschuldigung aufgeschrieben. If these conditions are not met by the end of the day, Juli 24 in the year of our Lord 1903, rest assured we will make your life a living hell. Also wenn das irgendwie nicht reicht oder bis zu einem bestimmten Datum, was 24 Juli ist, nicht reichen sollte, dann werden wir ihnen das Leben zur Hölle machen. Auf dem Yes, das ist wohl ziemlich krass, ne? Okay. Auf jeden Fall krass. So, Tracks. Okay. Es gibt keinen Grund für jemanden hier zu fahren. Aber es muss sein. Warte. Hook. Look. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th evening. Ist dort oben, ja. Da ist aber nichts weiter. Foto. Hier ist ein Foto. Look. Wow, Sir. Talk about home on the range. Das war mal ne Scheune von ner Ranch. Das war damals noch. Da war noch die amerikanische Flagge hier oben. Hm. Vielleicht finden wir ja oben was. Vielleicht können wir hier irgendwie... Look. Oh, okay. Da kann man auch nicht sein damit bedienen. Wo? Was ist denn das? Ne, hier ist nichts. Bloß ein Flash. Well, Flash. Chloe would make a great detective too. Ja, ja. Die wird auf jeden Fall ein guter Detective, ja. Wir müssen nur erstmal jetzt hier irgendwie hochkommen. Kommt man hier vielleicht hoch. So. So many haystacks. So few needles. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwo hoch. Hier ist auch noch was auf dem Grund. Vielleicht wieder so eine Metallplatte. So eine Wellblash. Ja, ist wieder sowas. Irgendwie so Pitchfork. Look. If a Zombie shows up, I have my weapon. Ja, wenn die Zombies kommen, da hat sie ja auch mal gefunden. Das ist doch egal. Wie krass. Hier ist auch noch mal was auf dem Boden. Ground Search. Hier was. Hier ist auch nichts. Mensch, hier muss doch irgendwas sein. Genau. Hier ist auch noch was raus. Pitchforkort. Irgendwie. Also es war das Foto. Wir müssen hier hoch. Oh, das war ja. Oh, die gute tue Tage. Bein, sogar Waren, Koffee. Achso, das ist wahrscheinlich Polats Market, Arcadia Bay. Oh. Vom freuher ist es eine Einschzuford. Oder es ist eine Bestellliste wahrscheinlich. So many haystacks so few needles yes on my ground search Okay, was ist das Okay Das scheint komplett neu zu sein, padlock open, zeig mal her Okay, also wir können das nicht öffnen, das scheint auch ein dickes, ordentliches Schloss zu sein Okay, Chloe, um, I found some kind of hatch, but it's locked I got this, I hope Let me know the second you need any help So many haystacks, so few needles Problem, wir können, wir können ja nicht auf die Plattform Hier, climb Chloe, can you give me a hand? Ja, gib mir mal hier eine helfe in der Hand hier, Chloe, was soll das? Run hier Sidekick at your service Räuberleiter zum So, okay, lass mal gucken Pull Ja, 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 super Jetzt kommen wir hier hoch, also gehen wir erst mal hier hoch Ja, natürlich, kommen wir da drauf Ja, wir machen, wir machen, wir sagen Jetzt kommen wir zu unseren nächsten optionalen Fotofreunden Und zwar Ne, das nicht Hier hinten Wer hat ja eine Eule sehen Wie Opa, der immer in der Dunkelheit Ne, den noch Schatz am Rande Wir machen ein Foto Hier, habt ihr noch Opa gehört So, klasse Manually exposed So, jetzt gucken wir mal nach, was wir hier noch alles finden Oh, das ist die Seite, wo die Hier oben hatten die die Fahne rausringen Die Eule hat die Fahne rausgegangen Jetzt wird mir alles klar Ne, schaut mal seite Äh, Seil So Das könnte man doch lösen, oder? Ja, hier drüben ist ja die Dingens, ne Ah, attach Okay, wir machen jetzt irgendwas, also wir machen jetzt irgendwas an das Schloss So, nun Warte Lass mich mal gucken Jetzt müssen wir am Seil ziehen Max Schleifze Ah, nee, alles klar Oh, zum Glück habe ich das jetzt gesagt Das hätte ich nur scheiße gemacht Wir müssen jetzt zurückspulen und den Motor hochholen Zurück Jetzt ist er oben Und jetzt, äh, nehmt man, äh, attach Und das geht mal jetzt an den Motor ran Damit der Motor jetzt runterfliegt und sozusagen die Tür aushebeln tut Und, das ist so gut Er hat ihm gesagt, hätte ich dir das nicht gesagt Ich hätte nur Mist gemacht PULL Macht schweck Jetzt aber Zur anderen Seite So, that didn't work at all Ah, wir haben vergessen mit der Chloe, dass es das auch, oder? Dass ich das doch dran machen soll, verdammt Lass mich das nochmal probieren So, das Seil ist dran Jetzt müssen wir hier attachen Genau, Chloe Genau Alter Ach, das hatte ich noch vergessen Jetzt, äh So, jetzt, äh, jetzt können wir den Motor, äh, runter schmeißen Max guyver, äh, Sch.: Max guyver, oh gott ist das, äh, wenn du Max guyver bist, hättest du das mitn Kaugummi gemacht, hehehe gehen wir mal wieder runter und jetzt freunde machen wir keinen cut ich will jetzt wissen was dort unten ist dass mich ja durch ok jetzt wird es interessant jetzt bin ich echt gespannt alter okay das ist auf jeden fall beängstigend ja ein prescott da wird wahrscheinlich eingerichtet haben so wie das aussieht alter verwalter this bunker is so surreal ja natürlich schnitzig sicherheit wir brauchen den code 3 zahlen was wurden die roten zahlen ich weiß überhaupt schon mein zettel die roten zahlen was warnt das für rote zahlen warte mal hab ich hab hier meinen zettel noch liegen 542 wir probieren bitte 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 ja ein glück hatten wir uns noch die nummer aufgeschrieben gott so irgendjemand sind zum wieder vor starten ready for the apokalypse das kostet fortune man hat doch was soll denn der scheiß ja also hier ist auf jeden fall essen Wasser Pilze, Pilze, Wasser und Essen, hier sind, ähm, Haushaltstücher oder was das für Rollen sind Zettel Woah, das sagt alles über Nathan, er braucht Hilfe Duct tape in einem Bunker ist immer ein schlechtes Zeichen Was ist denn das bitte, Alter? Scheiße Das ist ein Drucker Und was soll man, was, hä? Solche großen Bilder drückt man da mit oder was? Das könnte vom Format hinkommen, guck euch das mal an Von der Breite her? Aber wer will sich denn solche großen Bilder machen? Ich kam im Zimmer, wo wir drinnen waren, hab ich solche großen Bilder gesehen Was ist denn das? Oh, das ist ein Scheiße Was ist denn das? Howard Rock Construction, Stormbreaker Bunker Das ist ein Sturmbrecher Bunker Die Herstellungskosten oder die Baukosten betragen 1.350.650 Dollar Und der Sean Prescott hat's unterschrieben und bezahlt Scheiße Also hängen die Eltern auch mit drin Alles ist schrecklich als F*** Aber nichts über Rachel hier Alter, ich werde jetzt alles durchsuchen Oh, hier können sogar auch Wir können den Computer benutzen, Alter Oh ja, Schule Suspension ist ein Dealbreaker in der Prescott-Familie Dear Nathan, Principal Race has informed me that you have been suspended due to some suspect Vortex-Lug utility on your part Never mind that, I just want you to know what kind of shame you have once again brought on his family I have given you everything you have ever wanted Including Blackwell Academy, among other things we shall not mention But nothing is ever enough for you Also der hatten alles gegeben urschenki Er hat immer alles bekommen ohne urschenki Nachzufahren und sowas Aber alles war ihm nicht genug Er hat sogar urschenki Von wegen Blackwell Academy irgendwie irgendwie Dass er die bekommen hat Wahrscheinlich dass er leider des Vortex Club geworden ist Und so eine hohe angesehene Person Dass ihn jeder in Ruhe lässt Oder jeder Angst vor ihn hat Wahrscheinlich so In dem Sinne stelle ich mir das vor Du bist immer noch mein Sohn und ich will das mit unserer Bestimmung erfüllen That day is coming sooner than you think so Be prepared to step into that responsibility Also Der Tag wird kommen Schneller als du denkst Also mach dich bereit in meine äh Also die Veränderung zu übernehmen Dann bestimmt er soll in seine Buchstaben betreten Das ist meine letzte Warnung Das ist die letzte Warnung oder die äh finale Warnung Okay, der Vater hat auf jeden Fall seinen Sohn geschrieben Das krass, Note Wow What is going on between Nathan and his father ? Nathan 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 I have told you to never call me using your phone Und stick with the disposable ones I gave you. I don't want to hear you screaming out my name in a public place, which you have stupidly done before. I haven't set all this up and shared my best wisdom. Just so you can fuck it up with your teen rage. We can accomplish a lot together, but you have to let me guide you on your own. Also ja, wir hatten ihm gewonnen, ihn anzurufen und sowas. Also jedenfalls von so einem öffentlichen Telefon und sowas auch. Und nur von den Telefonen, die er seinem Vorder nebengegeben hat, soll er nur anrufen. Und ja, er soll auch nicht von seinem Vorder den Namen im öffentlichen Platz oder sagen. Und ach, alter. Krass. Was hier abgeht. Das ist wirklich, äh, die scheinen, äh, auf jeden Fall sehr vorsichtig mit ihren, mit ihren Tunen machen zu sein. Was ist denn das, alter? Das ist ja so eklig, äh. Okay. Ja, auf jeden Fall, ähm. Gut. Äh, Cupboard, was ist denn hier drinne? Ach, du Scheiße, die Akten. Come on, let's see what this shit is all about. We are. Okay. A binder marked Victoria, but it's empty. Look, the next one says Kate. Oh no, Kate. No, my God, I should have killed that bastard back there. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Oh. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. Oh my God, that. Okay, they're real. These are all, these are all post shots, right? Right? Chloe, look at her face. She's out of it. Maybe, maybe Nathan paid her a shitload of cash to do this. She probably would have. I don't think so. Why is he putting her on the ground like that? Where? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Ach, du Scheiße. Ich will jetzt mal die Kate, die Kate-Dinger auch nochmal anschauen. Warte mal. Kann man die nochmal? Ach, du Scheiße. Ich traue mich das gar nicht anzugucken, ey. This picture is framed differently. God, des Willen, alter. Rachel is awake and fucking furious. Also, das ist dann ja ja ein sehr spinnender. Hab da meinen Arsch öffnen. Rachel is passed out and she has something in her mouth. What happened to her? Die ist hier festgebunden mit dem Klebeband, das man vor uns gesehen hat. Boah, das sieht mir, das sieht mir, mir ist gerade richtig anders, ey. This shot is so staged. Oh, God. I can't believe it's real. I can't. Das ist doch der Maven oder sowas. Das ist doch so widerlich, ey. Oh, das ist so widerlich, ey. Das ist ja ekelhaft. Nathan? Oh, shit. Das ist Nathan's Jacket. Has he been here recently? Er war bestimmt hier, ey, ey. Ich geh mich jetzt mal umgucken, das will ich jetzt noch wissen, ey. Wir überziehen zwar die Vögel gerade überlangen gemäß, oder wo das jetzt, ja, lecken wir nach dem Arsch, aber will das jetzt wissen. Meadholz. Spritzen. Nadeln. Drogen. This must be the crap that Nathan gets from Frank. Alter. Was will der mit dem ganzen Gelumbe, ey? So who's using this fancy tripod? Die Kamera ist Licht und Reflektoren hier und Da sind keine dran. Das soll wahrscheinlich von innerer Seite dunkel rüberkommen und von der Seite nur beleuchten. Ventilator ist hier. Flasche. Somebody hikes their whiskey. Whiskey. Newspapers. Da scheint sich jemand zu informieren. These newspapers are all about Rachel and Kate. Das ist alles Zeitungsausschnitte von Kate and Rachel. Ah, hier. Hier ist der Artikel, wo wir Kate gerettet haben. Der Blackwell-Student, äh, wurde gerettet vom Darker. Was, kann man hier auch noch gucken, oder was? Ich will gar nicht gucken, ne. Das ist ein, äh, okay, das ist das ganze System, was hier drin ist. Was ist hier noch? Hier kann man auch noch mal gucken. Okay, das ist ganz schön teures Equipment. Wartet mal, also ich, was, passt mal auf. Das Zeug braucht alles hier, äh, auf jeden Fall einen. Wenn das ein Printer ist, das so die großen Bilder macht. Wenn diese Tripods, wo Kameras drauf sind, diese Beleuchtungssysteme, diese ganzen kleinen Dinger. Das braucht jemanden, der sich mit Fotos auskennt. Und, äh, wir haben in der ersten Staffel, haben wir gesagt, ne, und in der zweiten kam es auch noch mal vor, ne. Dass wir jemanden im Verdacht haben, der neu an der Akademie ist, der eigentlich, äh, n, 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 so einen Unerrisch macht. Ihr wisst jetzt, wen ich meine. Ich brauch den Namen gar nicht zu sagen. Also, wenn das wirklich der ist, dann raste ich hier komplett aus, ey. Dann raste ich aber sowas von aus. Dann geh ich hier runter. Trink mal ihn an, nimm Seth mit, nimm einen Killer mit, und dann zerstören wir hier unten alles. So, machen wir das. Aber das ist echt groß, ich schau jetzt ab, ey, das ist wirklich ekelhaft. Das ist wirklich übelst pervers. Diese Bilder, ey, ekelhaft. Geh auf zum Schroppplatz. Oh, ich will's gar nicht wissen, ey. Ich fang übelst an mit Schwitzen grad. Scheiße. Ich fang übelst an mit Schwitzen grad. Die wollen mir jetzt nicht erzählen, ach du Scheiße, ey. Chloe, stop. Look. Please, no. Oh, that smell. Rachel. No, Rachel, no, no. Please, not her. Chloe. Rachel, why? I'm sorry, Chloe. I'm so sorry. I loved her so much. How can she be dead? What kind of world does this? Who does this? That's so much fun. Untertitelung des ZDF für funk, 2017